Yo, Sportfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Ihr habt ja sicherlich schon mal was von Supersätzen, von Supersatztraining gehört. Meistens ist es so, wenn es um Supersatztraining geht, da betrifft es antagonistische Supersatztraining, also die Gegenspieler werden trainiert, zum Beispiel Bizeps und Trizeps oder Brust und Rücken, genau das ist dieses typische Supersatztraining. Meistens, wenn es um Bereich Supersätze geht, geht es eben um antagonistische Supersätze, also eben um diese sogenannten Gegenspieler. Ich zeige euch heute mal das Supersatztraining im selben muskulären Bereich und jetzt fragt man sich natürlich, wenn ich in der ersten Hälfte des Supersatzes meine Muskeln schon ermüdet habe, wie soll ich es dann schaffen, in der zweiten Hälfte des Supersatzes die gleiche Leistung nochmal abzurufen? Wenn ihr euch das körperlich fragt, dann ist es vielleicht die falsche Frage. Ihr müsst euch fragen, ob ihr das von eurem Willen, ob ihr das von eurer Kraft her, von eurer geistigen Kraft her schafft, so weit durchzubeißen, dass ihr die erste Hälfte des Supersatzes so vorlegt, dass ihr bei der zweiten Hälfte vom Supersatz genau die gleiche Anzahl an Wiederholungen nochmal schafft. Das Ganze ist einfach so ein kleines Psychospiel mit euch selbst, mir selber macht das einfach Spaß, um einfach mich mal beim Training so richtig durchzubeißen und genau das zeige ich euch jetzt mal. 12 Wiederholungen, ganz kurze Pause, ATP wird gerade neu resynthesiert und jetzt geht es nämlich auch schon weiter, jetzt mache ich das nämlich nochmal hinterm Kopf. So, wie ihr gerade gesehen habt, ich hätte vielleicht noch ein paar, ein bisschen mehr Gewicht nehmen können, ich hätte vielleicht noch ein paar Wiederholungen mehr machen können. Das geht in erster Linie darum, dass ihr euch auch so ein bisschen ausprobiert, dass ihr genau eure Grenze ertastet und dann über eure Grenze hinausgeht, wenn ihr eure Grenzen immer nur akzeptiert, wenn ihr immer nur das Limit, was ihr für einen kleinen Moment habt, für einen Augenblick, für einen Zeitraum habt, wenn ihr das akzeptiert auch für die Zukunft, werdet ihr nie darüber hinauskommen. Und dafür ist es einfach eine wahnsinnig geile Waffe im Trainingsplan, weil ihr einfach psychologisch euren inneren Schweinehund austrickst und euch einfach anders programmiert. Wenn ich weiß, beim ersten Satz habe ich zwölf Wiederholungen gemacht, dann werde ich sie beim zweiten Satz, bei der zweiten Hälfte des Supersatzes genauso machen, denn da werde ich mich durchbeißen. Und wenn ich bei der achten nicht mehr kann, dann zwinge ich mich zur neunten. Wenn ich bei der neunten nicht mehr kann, dann weiß ich, ich mache jetzt die zehnte. Und wenn ich die zehnte gemacht habe, weiß ich auch, wenn die elfte noch in weiter Ferne erscheint. Ich werde sie versuchen und ich werde sie dann auch schaffen. Und wenn ich die elfte Wiederholung gemacht habe, dann weiß ich genau, die zwölfte Wiederholung wird genauso schwer wie die vorherigen elf. Aber ich werde sie machen. Ich werde es zumindest versuchen. Und wenn ich merke, ich habe es nicht geschafft, dann habe ich es zumindest versucht. Und das ist ganz wichtig. Ihr dürft niemals eure Grenzen akzeptieren. Ihr dürft niemals sagen, nur weil ich jetzt nur so und so viel Kilo beim Bankdrücken schaffe. Es ist eine Momentaufnahme. Und genau dieses Supersatztraining im selben muskulären Bereich hilft euch, eure Grenzen im Kopf einzureißen, weil muskulär gibt es keine Grenzen. Wir sehen uns im nächsten Video. Viele Grüße. Euer Simon.